Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und heute gucken wir uns YouTube-Kacke Pizza Wars an. Ja, der Paladin will seine Pizza, wer kennt's nicht? Ich warte auch immer auf meine Pizza, aber okay, Qualität, okay. Gut, gibt's nur 360? Echt, gibt's nur 360? Krass. Das, dass das meine Augen noch erblicken können. Mal gucken, ob wir die Pixel zählen können. Ich versteh halt absolut null das Gesprochene. Ist voll leise. Ja, okay. Lass ihn verrecken, verdammt. Lass ihn verrecken, verdammt. Das hab ich nicht verstanden. Das ist halt so geil, wie ich einfach mal nix von dem Gesprochenen verstehe, weil ich glaube, das Gesprochene ist zu leise, aber eigentlich ist es gesprochen gar nicht so leise. Es liegt eher an der Qualität, ne, weil, ähm, das Video von Sound her so komisch klingt. Nehmt Kontakt zu euren Truppenhausen. So eine Tonbandaufnahme. Sehr wohl, Sir. Sehr wohl, Sie, Blödmann. Ach, übrigens. Ich glaube, der Dildo gehört Ihnen. Ich glaube, das wird er gebraucht. Vor allem, wenn er so geil, wenn er dann einfach mal so sieht, dass er selber das Video irgendwo, ähm, nachsagt, wie geht's denn das, äh, äh, selber das Video irgendwo aufzeichnet. Also ich kann empfehlen, ähm, wenn man die Videos einfach irgendwo downloaden, ne, das wäre sinnvoller. Oder wenn man die Videos aufzeichnet, ähm, die Aufzeichnung bearbeiten, sodass man das halt nicht sieht. Also sprich, ähm, das Video quetschen, ne, also, ähm, den Bildschirm kleiner machen, dass die schwarzen Ränder auch, ähm, sozusagen verschwinden. Das geht eigentlich fast bei jedem Programm. Also so rein. Aber das wird auch nicht gebraucht. Vielen Dank, Cody. Jetzt sollten wir keine Zeit verlieren. Wir müssen eine Schlacht gewinnen. Ja, Sir. So, ich bin da so geil mit dem Video einfach so Pause drücken. Ist das cool. Klon hat. Welche Pizza wollen Sie bestellen? Okay, ich bestelle eine Salami-Pizza mit Pilzen. Die Zeit ist gekommen. Und das hier auch. Führt die Order 66 aus. Na gut, wenn es hier bestellung ist. Ich bin das so geil, die ganze Zeit so mit dem Video Pause drücken. Ah, schöne. Na gut, oh, das zeigt auch so viel Stellungen. Also, Ja, mein Lauf. Dann, das ist super ab. Lass dich weg. Oh, du bist das gut. Oh, nein, 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 nein. Oh, guck mal. Ich verstehe, das ist gesprochen, halt null. Ein Trickzeichen. Das ist ganz schlimm. Das ist irgendwie ein bisschen dringes Schlag machen. Ah, schön geschlacht. Ist ja ein bisschen pixelig, aber... Ah, Moment. Was? Mir da... Also, man sollte definitiv, wenn man so ein Video aufnimmt, also entweder man lädt sich das Video runter oder man schneidet die Segmente raus, wo man immer auf Pause geht. Ist ja wirklich nur eine Millisekunde, wo man das Pausezeichen sieht, dass man das rausschneidet. Und halt reinzoomen, ne? Also, dass man die schwarzen Ränder nicht hat, sondern dass das Video komplett den Bildschirm ausfüllt. Das Problem ist, wenn man das macht, kann man wirklich die Pixel schon zählen. Ach, egal. Wir tun, was wir tun müssen. Ich finde, es ist so cool, dass man die ganze Zeit im Hintergrund hört, wie der rumspielt. Wie, tut mir leid. Wir haben keinen Schampen, Jungs. Was soll das? Was soll das? Ergge! Oh, es reicht. Alter, das ist ein Wunderbau-Potale. Wie alt ist er schon tot? Mann. Erstmal eine Jura-Sauce. Äh, ist ja eine Sose. Jura-Getränk. Warum ist meine Pizza noch nicht da? Warum ist meine Pizza noch nicht da? Mensch, ich habe doch vor einer Stunde angerufen. Ich werde jetzt langsam sauer und das finde ich nicht gut, dass die Pizza nicht da ist. Bitte kommen Sie, ich bin Fuchs Teufelswild. Wie bitte? Wir halten ihn gut. Aufmüchen. Ne, und wie geht's euch so? Rolt endlich mal eine verdammte Pizza von dem alten Knacker, der an Herzkrebs leidet. Wie gewünscht, mein Lord. Das war jetzt gut. Wie gewünscht, mein Lord. Das hat jetzt überfallen. Oh nein, hält den Scherben. Wir wissen, dass wir sie tun haben. Chewbacca, nimm ich mal. Bring mich zum Krankenhaus. Schnell, bring mich zum Krankenhaus, ich krieg Krebs. Ja. Also man müsste definitiv Dativ, Akkusativ was gegen die Qualität machen. Ein anderes Aufnahmeprogramm, zum Beispiel OBS wäre da sehr gut. Und auf Full HD aufnehmen. Zur Not, wenn man das Aufnahmeprogramm nimmt, halt wirklich dann beim Rendern reinzoomen. Aber selbst dann würde ich wirklich gucken, dass man auch Full HD aufnehmen kann. Dann das Gesprochene wäre ganz cool, wenn man das versteht, würde ich ja fast null verstanden. Also ich habe die ganze Handlung eigentlich nicht. Also ich habe verstanden, okay, es geht um eine Pizza und irgendwie wurde die Pizza nicht geliefert oder falsch geliefert. Und die Pizza kam am Ende nicht an und ja, ich habe die Story nicht verstanden. Und dann, wenn man was nachsynchronisiert, vielleicht nicht unbedingt da an seinem Mikrofon rumspielen. Und vor allem auch die Passagen nachzusynchronisieren. Entweder von hinten, wo die Kamera so von hinten kommt, wo man seinen Mund nicht sehen kann. Oder von vorne und das lippensynchron ist. Dass man dann wirklich so nachsynchronisiert, dass es wirklich, zumindest versuchen, man kann es ja versuchen, dass es ein bisschen lippensynchron wird. Die besten Parodien sind ja wirklich die von Herr der Ringe zum Beispiel. Da gibt es ja übelst coole Parodien. Da ist es wirklich auch extrem lippensynchron. Und man sollte sich ein bisschen lauter stellen. Und halt nicht unbedingt mit einem Video die ganze Zeit auf Pause träumen. Also ich sage es mal so, es ist halt trashig. Also von daher hat das auch was trashiges. Ne? Also es hat irgendwas trashiges. Und das mögen ja auch viele. Ne? Also ja. Und ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Wie sonst definitiv. Dativ, akkusativ in den nächsten Aufnahmen. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir einfach irgendwo hin. Ihr macht es eh nie über Twitter, über Instagram. Also schickt es mir einfach wie immer über YouTube. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.